Sodele, Sodele, guten Morgen. Zum Frühstück erstmal neckere Schnitzel. So, dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Wie war das nochmal mit diesem verdorbenen Fleisch? Konnte man doch seine Viecher füttern. Weil die kriegen davon ja kein Aua. Happy? Happy? Warum seid ihr happy? Macht ihr jetzt Liebe? Wie mit der Schafe? Oh, ich hab kleine Welpen. Ist ja knuffig. Könntest du bitte... Also jetzt ist Schluss hier. Schluss mit lustig, Freunde. Du kleiner machst auch Sitz. Und wo ist der andere? Muss doch noch ein kleiner sein. Da, äh, äh, äh. Oh Gott. Ja, äh, also, hallo. Sitz, bitte. Danke. Also erstmal braucht ihr... Ich glaub, wir bauen uns echt ein anderes Haus und lassen das hier als Hundehütte. Ja, gucken wir später. Ich wollte auch vielleicht irgendwann mal mit Getreide noch, ähm, halt Schafe und Kühe und Hühner und so anlocken, dass wir halt da Essen haben. Jetzt hab ich das Rottenflash mitgenommen. Super. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. War das schon reif? Ja, jetzt hab ich... Äh... Glaubste, das ist schon wieder... Ja, dann werden wir wahrscheinlich hier ein... Etwas größeres Haus hinzimmern und werden hier die Hundehütte lassen. So, da hinten war die Klump-Kiste. Kommt das rein in die Essenskiste, kommt das rein. Guck mal, das ist auch da, ist egal. Ähm... Zwei, drei, vier, fünf, sechs... Zwei, drei, vier, fünf, sechs... Hoppala. Sechs, das bedeutet, ich brauch noch einmal so... Ich brauch so... Ach nee, Schilder waren mit. Dann brauch ich noch ein bisschen mehr. Wie viel auch immer weiß wieder keiner, aber wir nehmen mal... Jetzt hab ich gesagt, sechs wären 36, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich weiß, ich werde mich irre. So, ähm... Schilder konnte man nicht, natürlich nicht. Warum auch, es wird einem ja die Sache auch erleichtern. So, Stickys, Schilder. So, in der Kiste haben wir... Weiß ich nicht. Was haben wir hier drin? Nennen wir die mal Bauzeug. Nein, das muss ein tiefer Bauzeug. Super, Bauzeug. Ähm, wir haben noch einen Schild für... Verarbeitet... Was? Verarbeitest... Verarbeitet. Punkt. Machen wir das noch klein. Verarbeitet. So, danke. In der Truhe haben wir... Wertvoll. So, ta-ta-ta-ta-ta-ta. In der Kiste haben wir... Klump. Nennen wir die Kiste. Wie es ist? Klump. Ups, mit dem I. Ganz schlecht, so. Klump. Werte ich. Dann haben wir... Essen. Nicht Köln, nicht Berlin, sondern Essen. Und da sagen wir... Sonstiges. Danke. So, sieht ja hübsch aus. Ja, hier oben ist unser Schallhafenzimmer. Ja, die Terrasse ist dann auch schön für ein Poppes. Eine Sache muss ich noch machen, weil die mich nämlich gerade etwas stört. Deswegen gehen wir in die Kiste, nehmen das... So, und her. Na, machst du da? Danke. So, sehr schön. Dann können wir nämlich das Haus auch vielleicht schöner machen, so aus... aus Kobbel und allem Gedöns. Und überhaupt... Kobbel... Ja, Kobbel wäre ganz schick, mit ein bisschen Holz. So, so Fachwerkstil. Ich meine, ich kriege es sowieso nicht hin. Es wird einfach nur grottenschlecht aussehen. Aber... Man kann es ja versuchen. Ansonsten könnten wir... Ja, mal gucken, was wir machen. Dann lasse ich... Ach Gott, ich und reden. Dann logge ich mich einfach klassisch wieder auf dem Balkon hier aus. Auf dieser Terrazza. Und würde sagen... Ja, wir sehen uns dann... Hören uns dann beim nächsten Mal Minecraft oder irgendeinem meiner anderen Projekte. Wie gesagt, ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt. Wenn es Mods, Tech-Shop-Packs gibt, die ihr kennt. Tech-Shop-Packs, ja genau. Oder... Was wir machen sollen. Oder wegen Musik. Oder irgendwas, was euch zu dem Let's Play einfällt. Lobkritik. Was... Was euch einfällt. Was das Ganze besser machen würde. Oder... Irgendwas. Einfach in die Comments schreiben. Und... Ja, ich werde dann schauen, was davon machbar ist. Und... Ja, vielleicht ist das Ganze dann ja schon in der nächsten Aufnahme drin. Wir werden sehen. Also Leute, haut's rein. Ja, ich werde dann ja schon in der nächsten Aufnahme drin. Ja, ich werde dann ja schon in der nächsten Aufnahme drin. Ja, ich werde dann ja schon in der nächsten Aufnahme drin. Ja, ich werde dann ja schon in der nächsten Aufnahme drin. Vielen Dank.